Oliver Pocher und Ex-Sandy dabei, Stars glitzern bei Gala Für diesen Anlass schmeißen sich die Stars ganz besonders in Schale. Heute Abend findet in Berlin die alljährliche Ein-Herz-für-Kinder-Spenden-Gala statt, bei der Stars aus Film, Fernsehen, Musik und Co. Geld für hilfsbedürftige Kinder sammeln. Die ganze Nacht sitzen die Prominenten am Telefon und nehmen Spenden entgegen. Auch Outfit-technisch legen sie sich dafür ziemlich ins Zeug, das sind die schönsten Looks der Gala. Das inoffizielle Kleidungsmotto des Abends scheint glitzernd zu sein, denn viele der Gäste strahlen in funkenden Styles. Allen voran Sandy Meyerbüll, denn, 40, die mit ihrem Ex-Mann und neuem Podcast-Kollegen Oliver Pocher, 45, über den roten Teppich lief. Sie trug ein transparentes Spitzenkleid, auf dem zahlreiche Kristalle aufgenäht wurden. Der Komiker entschied sich für einen schwarzen Anzug mit rotem Hemd. Seine Nochfrau Amira Pocher, 31, war auch von der Partie. Die Moderatorin erschien in einem eleganten Samtsweiteiler, bestehend aus einem langen Rock mit Schlitz und einem asymmetrischen Oberteil. Auch Anna, 23, und Angela Amakova setzten auf Glitter. Die Let's Dance-Gewinnerin posierte in einem Wollschulder-Kleid mit tiefem Beinausschnitt neben ihrer Mama, die in einem ebenso glamourösen Dress schimmerte. Außerdem fiel Kathy Hummels, 35, silbernes Zweiteile-Outfit im Blitzlichtgewitter besonders auf, ebenso wie Michelle Hansekers, 46. Ihr halbdurchsichtiges Kleid war über und über mit filigranen Steinchen besetzt. In weihnachtlichem Rot erschien Alexander Zverev, 26. Seine Freundin Sofia Tomala, 34, wählte dazu ein Kleid mit Spitzenoberteil und glänzendem Rock. Fre�end Tonight